Eine der besten Kindheitsmomente Ach, hallo Max. Hat Jonas heute Zeit? Ja, der ist gerade von der Schule gekommen. Ich hol den mal schnell, ne? Okay. Jonas! Hi Max. Hey Jonas, willst du draußen spielen? Ja klar, warte kurz. Mama, kann ich mit Max raus? Ja, aber bevor es dunkel ist, bist du wieder zu Hause, ne? Okay, danke. Warte, ich komme.